Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ja, wie im vorigen Video schon gesagt, wo ich hier den Body für Storm Pupa, für unser Kind gekriegt habe, von einem Fan. Wir waren auch einkaufen. Wir haben jetzt hier so ein XXL Haul wieder vor uns. Also wie sagt Leute, das wird ein bisschen was länger. Das sind drei große Tüten und ein fetter Schrank. Der andere Schrank steht im Keller. Wir fangen erstmal mit der Tüte an. Wie gesagt, da ist aber nicht alles für mich. Teilweise hat meine Frau gekauft. Also eigentlich überwiegend meine Frau gekauft. Wir haben hier einmal Platzdeckchen, hat sie sich gekauft, so Bambus mäßig. Meine Frau steht da so total auf so Bambuszeug. Dann haben wir einen neuen Sandwichmaker geholt. Der war aber nicht bei Aldi. Neben Aldi war Kaufland. Und da wollten wir eigentlich nur kurz, wollte Frauchen ihre Chinasuppen holen. Nur ganz kurz. Und wir sind mit so einer Tasche rausgegangen. Und da war halt auch, also Lebensmittel und für Bauerntopf und was war da Aldi geholt. Und Joghurt und Pudding und Trinken und naja. Und da haben wir dann halt den Sandwichmaker geholt. Für? 9,99 Euro. 9,99 Euro. Ja, weil meiner ist kaputt. Der war letztens, der hat auch nur 700 Watt, aber mal gucken, was der bringt. Für 9,99 Euro. Mal überraschen lassen. Weil meiner, da habe ich die Toast ein bisschen zu lange drin gelassen. Und ja, der war ja auch schon über 10 Jahre alt. Und ja, dann hat es den entschärft. So, dann haben wir hier holt ein Stillkissenbezug. Ach, da sind so ja zwei drin, Schatzi. Ja. Oder? Ja. Ne, die eine Hälfte ist blau, die andere Seite ist gelb. Oder so. Ne, zwei Stück sind da drin. Und eins ist ja sowieso schon drauf. Aber die kann man doch nicht abziehen, was da auf dem Stillkissen ist. Doch. Kann man abziehen? Okay, dann haben wir drei. Also wenn du irgendwo kleckerst mit der Milch dann. Dann haben wir Stillkissenbezüge geholt. Dann haben wir Inkontinenzmatten geholt. Also hier. Die sind 70 mal 90 von der Größe her. Und hier ist ein großes Bett mit drin. Drauf abgebildet. Also ich weiß nicht. Also ein Kind hat. Achso, das soll ein alter Mann sein. Der Alleen im Bett. Ein Bett vom Alleenmann. Aber wir machen das halt nicht so lang, wie es hier drauf ist. Sondern so lang, dass das dann praktisch für das Bett ist. Also für das Kinderbett für unten drunter. Falls aus der Windel was rausläuft. Wenn er oder sie mächtig Harndrang haben. Und einmal wollen wir nehmen für Wickeltisch. Also auf die Wickeltischunterlage. Und davon haben wir, wie viele haben wir hier? Drei, wa? Viere? Viere. Also hier ist nochmal ein zweites. Und das andere kommt bestimmt gleich noch. So. Bauen wir die heute noch an. Dann haben wir viermal so ein Eckregal geholt. Schatzi will es im Badezimmer ran machen. Ich werde es in die Küche machen. In der Ecke. Da kann man dann den Schwamm rauflegen. Und das fit abstellen. Dann steht nicht alles auf der Arbeitsplatte. Dann steht es so ein bisschen höher. Nie wieder bohren. Ist aber nicht mit drin. Die Klebedinger. Separat erhältlich. Hier steht es auch nochmal drin. Die sind separat erhältlich. Die hatten sie Fold. Ja. Fold mal, wo wir da waren. Nicht die Eckdinger, oder? Nee. Nee. Wie viel haben wir bezahlt für so ein Eckding? Vier Euro. Vier Euro. Drei, neun neunundundund. Nee, vier Euro. Glatt vier Euro. Dafür ein so ein Ding haben wir glatt vier Euro bezahlt. So, dann kann ich meine Spie schon mal wegräumen. Und Schatzis Bade wieder hier in die Tüte. Und das kann dann halt... Achso, mein Zendlenschmecker auch weg. Inkontinent kann hier rein. So. Dann kann ich hier nämlich gleich reinräumen. Ich habe kaum noch große Tüten, weil überall Zeug von Schatzi drin ist, beziehungsweise für Kind drin ist. Achso, das ist auch noch nicht. Mach mal nachher. So, jetzt kommt die nächste große Tüte. Oh Gott. So. Da hat Schatzi sich ein Regal geholt für das Badezimmer, für unterm Spiegel, weil Bohren ist da schlecht, weil die kriegt große Fliesen und so. Und da haben wir... Wie viel ist da für bezahlt? Auch 4 Euro. Auch 4 Euro. So. Dann haben wir hier so ein paar Klebedinger. Die zeige ich euch nachher dann genauer. Die packe ich jetzt erstmal hier bei der Seite. Weil da kommen noch mehr. So. Ich räume hier erstmal so ein bisschen was aus, dass ich euch das zeigen kann. Ich will nicht ständig, dass ihr ständig nicht nur meine Seite seht. So. So. Gut. Gut. Dann haben wir... Achso, 2. Siehst du? Und da sind die anderen 4 Inkontinenz Unterlagen. Die haben wir bezahlt. 3 Euro. Da seht ihr das auch. Oder? Ja, für 3 Euro haben wir gedacht. Pff, nimmst du mit. Und leider haben wir nur eins davon gefunden. Hätten wir vielleicht doch vorher hinfahren müssen. Aber ich hatte mein Auto nicht. Haben wir zweimal? Das haben wir zweimal? Achso, haben wir zweimal. Wartet. Ja, aber wir hätten ja mehr genommen. Macht nix, Hasi. Wir haben hier Laken. Die sind in der Größe 60 mal 120 und dann steht unten runter 70 mal 140. Also wenn man sie streckt, gehen sie auf 70, 140 drauf. Haben wir einmal rosa geholt und einmal blau. Weil wir wissen noch nicht, was das wird. Also wir können es euch also nicht das was sagen. Also wir wollen es auch nicht sagen. Aber selbst wenn wissen wir noch nicht, was das wird. Und da sind zwei Stück drinne. Also zweimal rosa, zweimal blau. Also haben wir vier Stück und wir hätten gerne noch, weil die hatten hier noch so ein weiß hatten sie noch und dann so eine Art Grau. Da. Hätten wir auch gerne noch genommen, dass wir alle vier Farben haben. Und dann hätten wir zwei, vier, sechs, acht Laken gehabt. Denken wir, reicht. Aber mit vier Laken kommst du auch ordentlich hin. So. Dann haben wir die Laken. Vier Euro. Ja doch, vier Euro das Stück. Da. Ich werde auch versuchen, die gleichen Produkte oder relativ die gleichen Produkte bei Amazon zu finden und euch die links drunter zu machen. Das könnt ihr überprüfen, ob wir da ein Schnepperchen gemacht haben oder nicht. Dann haben wir hier so ein Set Edelstahl-Iso-Flaschen. Drei Euro. Drei. Ja, Schatzi sagt drei Euro. Ja, fragt sich ja, warum denn Edelstahl? Ein Frauchen trinkt doch gar keinen Kaffee und auch keinen schwarzen Tee und so. Nee, das ist für das Kind. Da hat sie gesagt, da können wir heißes Wasser reinmachen und dann können wir mit unterwegs mitnehmen das heiße Wasser und dann kann man unterwegs, also wenn es bei ihr ausgelutscht ist oder keine Ahnung oder nicht will, dann, ja, was ist das so? Irgendwann ist ein Brunnen zu Ende und da ist Luft drin. So. Und von meinen Händen bist du trotzdem nicht befreit. Und dann können wir das dann mitnehmen und dann können wir dann diese Milchpampe anmischen und dann können wir unterwegs auch trinken für das werdende Kind. Dann hat... Ist noch ein bisschen früh, aber was man hat, hat man. Was man hat, hat man. Ja, ist noch ein bisschen früh, aber was man hat. Im Dezember ist es soweit und wir holen jetzt schon alle nach und nach, dass wir dann halt jetzt nichts mehr großartig holen müssen. Nur noch die Babybett und wenn die Wohnung dann fertig ist von Schatzi. Und dann sind wir da eigentlich soweit auf trockenen Tüchern. Und hier hat sie sich so eine Glaskaraffe geholt. Die hat 5 Euro gekostet, glaube ich. Ja, 5 Euro. Die hat sie schon eine ganze Weile gesucht. Da ist so ein Stab drin, da kann man Früchte aufspießen. Das macht man dann da rein und Wasser rein und dann nimmt das Wasser den Geschmack der Früchte auf und dann hat man hier so zum Beispiel Wasser mit Erdbeergeschmack, so ein bisschen. Oder hier Zitronen oder Limette. Ja. Da haben wir das denn geholt. So, jetzt räume ich das erstmal weg. Ich finde es schon gut, wenn Schatzi ihre Wohnung dann eigentlich fertig hat. Weil dann kommt das ganze Zeug dann eigentlich da raus aus den Tüten und dann habe ich eigentlich wieder Tüten. Weil wir mussten schon Tüten bei Netto wieder kaufen für das Einkaufen, weil keine Tüten mehr da sind, weil sie alle voll sind. Nicht wahr, Schatz? Aua. Ich kriege die Pissematratze nicht rein. Ah doch jetzt. So. Und schon haben wir wieder eine leere Tüte. Dann kann ich das auch gleich noch mit drin packen hier. So. Kommt aber noch eine Tüte. Oh Gott. Ach so, meine Haken, die kommen wir ja gleich noch dran. Machen wir gleich. Oh Gott. Frau, ich muss mich gleich wieder übertreiben. Da hatten sie denn für sechs Euro so ein komplettes Bettset. Also hier mit Bettdecke und Kopfkissen für Kinder. Also nicht für Erwachsene, weil Kissen ist 40 mal 60 und für Erwachsene ist ja 40 mal 80 und die Decke ist 100 mal 135. Und dann hat Schatzi gesagt, was man hat, hat man, kann man ja zugepackt lassen und wenn es denn alt genug ist, kriegt es das denn. Also in drei Jahren, vier Jahren, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren. Irgendwann haben wir aber schon mal. Dann haben wir zwei Tassen gekauft. Einmal die kleine Raupe Nimmersatt. Erik Schali. Ich glaube, das ist die Firma. Die Welt von Erik Schali. Erik Schali. Das glaube ich, das ist vom Buch her. Da haben wir hier so eine Tasse. Die kleine Raupe Nimmersatt. Ein Euro. Die haben auch hier Frösche, Löwen und sowas alles. Aber die hatten sie nicht mehr. Die hatten nur noch Minimaus und sowas alles. Dann habe ich ihnen gesagt, nee, lieber wenn denn bunt. Weil Fröschen steht auf bunt und ist für 250 Milliliter. Und dann haben wir uns noch eine, weil eh eine Tasse reicht ja nicht. Wenn eh eine dreckig ist, dann muss der die andere nehmen. Da haben wir uns dann so mit so einem Drachen, habe ich den ausgesucht. Dann kann man den irgendwo sehen. Schade, sieht man nirgendwo drauf, den Drachen. Nur hier oben fliegt er da so ein bisschen rum. Dann haben wir dann noch so einen Drachen mitgenommen. Und dann die Klebedinger. Da müssen wir erst mal nachzählen, ob wir zu viel oder zu wenig geholt haben. Weil wenn nicht, müssen wir morgen dann nochmal hin und Klebedinger holen. Aber wir haben eigentlich nachgezählt, also es sollte reichen. Es sollte reichen. So, ich zeige die auch euch gleich. Ich packe mir die Nummer hier zurecht. dann müssen wir einmal zählen, Schatzi. So, du hast einmal zwei für das Ding im Badezimmer. Dann nochmal zwei für das Ding im Badezimmer. Zwei Eckregale und einmal die Ablage für das Ding. Genau, also das sind deine. So, jetzt kommen wir zu mir. Ich glaube, da haben wir doch ein bisschen viel. Ich habe ja auch zwei Eckregale, also brauche ich zweimal die. Dann habe ich mir noch geholt so einen Haken nochmal. Aber das sind glaube ich dünnere diesmal, oder? Oder wieder so einen dicken. Meinst du? Ja, weil die so vom optischen Bild so ein bisschen dünner aussehen. Ja, die sind ein Stück dünner also. Hier. Doch. Nein, die sind dicker, die im Badezimmer, die sind ganz dick. So sehen die aus. Die sind halt auch zum Kleben. Davon habe ich mir zwei Stück geholt. Also jeweils zwei in der Packung sind insgesamt vier Stück. Also nochmal zwei vier Klebeteile. So, kommt das weg. Und dann haben wir hier noch so ein Ding. so einen Haken mit doppelt. Das ist für meine Tochter, für die Lappen zum Aufhängen. Kommt nebens Badezimmer, nebens Dings hin. Da brauchen wir auch nochmal eins. Dann haben wir noch vierer über. Wieso haben wir einen Vierer über? Wir haben die doch ausgerechnet. Ja, weil du die Klebedinger in den Wagen geschmissen hast und dich doch umentschieden hast, eine andere Ablage zu nehmen und die nicht Nee, weil wir waren nur an der Kasse und da hatten wir dich doch schon nachgezählt. Tja, nur mal eine zurückbringen. Wartet mal, da müssen wir nochmal nachrechnen. Also, wir haben also ich habe zwei, vier vier brauche ich fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich brauche neun Stück. So, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, Nummer neun. So, ist meins weg. Und Schatzi braucht zwei, vier, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sind sechs. Bist du sicher, dass wir nicht noch was zum Kleben hatten? Ja. Was denn? Hatten nichts mehr. Müssen wir zurückbringen? Aber das hat 50 Cent nur gekostet. 25. 25 Cent. 25 Cent nur. Sonst haben wir, warte mal, letztens bezahlt, zwei Euro oder so, 2,99. 2,99 letztens bezahlt. Ach, dann packen wir die weg, dann gibt es bestimmt noch eine Möglichkeit, wo wir das dran machen können. Vielleicht, wenn eins abfällt oder so, dann hat man einen Ersatz. Ja. Aber die sind auch ein bisschen anders als die letzten. Siehst du das? Mit dem roten Stifter und so? Jeder rote Stift ist nur zum Ausdrehen von der Tube. Ach so. Steckst du hinten ran und dann kannst du das aus der Tube rausdrehen. Das ist ja komisch, ey. Die waren nämlich noch an der Kasse und da habe ich alles auf Band gepackt und habe gezählt und da war alles passend. Da bin ich noch extra los und habe noch mal dreie geholt. Tja. Wieso haben wir denn da jetzt vier Überhase? Wollen wir die Tasse an die Wand kleben oder was? Ja. Das kann nicht sein. Wir haben das genau ausgerechnet. Das kann nicht sein. Zwei, vier, fünf, sechs. Sechs hast du drinne. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein. Nein, habe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ist mir jetzt zu hoch. Aber egal. Machen wir jetzt noch mal das hier auf. Wir haben das extra nach... Und wir hatten doch an der Kasse noch zu wenig. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ich habe nämlich aufs Band gepackt. Also Schatzi hat aufs Band gepackt und da haben wir dann erst diese Teile raufgepackt und dann jetzt hier... Wir hatten ja schon etliche von diesen Klebedingern im Korb und dann habe ich gleich passend auf die jeweilige Packung raufgepackt. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, bei mir fehlen aber noch drei Stück. Und dann bin ich noch mal losgebottet und habe dann bei mir die passenden drei Stück dazu hingepackt. Stehe ich nicht. Ist mir zu hoch. So. Und das ist dann der Haken. Der ist dann halt so doppelt. Da kann die Kleine dann ihre Lappen ranmachen. Weil wir haben das falsche Klebplätze. Beziehungsweise meine Frau. Die macht sonst immer alle total toll und total gut. Aber da hat sie, wo sie zu mir immer sagt, ich denke nicht weit und ich muss weiter denken, weil ich da ein bisschen einfacher gestrickt bin. Da hat sie nicht weit gedacht. Sie hat das Ding nämlich rechts neben das Bade... äh... ähm... da hin, weil das immer rechts ist. Das ist immer... Das ist eine Logik. Das ist immer rechts. Das kann man... Die sind auch... Das steht auch hier drauf. Bitte nur rechts anbauen. Das ist nur für rechte. Ja? Nur für rechte Badewannen. Oder Waschbecken. Das ist nur rechts. Darfst du nicht links machen. Nicht. Das ist... Dann fällt es ab. Dann fällt gleich mit Fliese ab. Ist nur für rechts gedacht. Nur für rechte Seiten. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, nimmst du jetzt so ein Ding nochmal mit? Hast du auf der rechten Seite kannst du ja irgendwie ein kleines Handtuch machen für die Kleine. Weil auf der anderen Seite sind ja unsere Handtücher. Da haben wir ja schon die Haken hier, aber halt in fetter. Einmal, ich habe so eine Badehandtuchheizung. Und da sind rechts von der Heizung sind zwei so eine fetten. Die sind dann für die Badehandtücher. Für mich und für meine Frau und für meine Tochter ist halt eine Tür habe ich dann auch noch so Haken dran. Die wollte halt Seepferdchen haben. Ideal. Und links haben wir nochmal so eine fetten. Da sind dann die Handtücher für Händetrocknen. Einmal für mich und meine Frau und einmal für meine Tochter. Da haben wir extra so gemacht. Doppelt. Damit sie ja, damit sie lernt, dass man dann halt was ihrs ist, ist ihrs und was meins ist, ist meins. Und dass er halt so ein bisschen Privatsphäre hat und was ihrs ist. Das muss man halt so machen. Weil es ist ja, kommt ja in die Pubertät oder so. Ist drin in der Pubertät. Und da kommt die dann jetzt praktisch rechts ran und da kann sie dann ihre Lappen ranmachen und dann passt das. Links. Rechts kommt, rechts kommt dann noch, kommt dann ihr Handtuch oder kleine Lappen. Keine Ahnung. Irgendwas machen wir schon damit. Weil der ist jetzt ja dran. Aber wir haben ja jetzt noch welche über. Können wir ja abbauen und irgendwo anders ranmachen. Siehst du, da ist das dann wieder gut, dass wir was über haben. Oder vielleicht machen wir ja die Haken in der Heizung irgendwie nochmal anders oder so. Da haben wir jetzt was über. Können wir machen. Ich habe mich nicht verzählt. Ich habe es auf Band gelegt. Du hast es auf Band gelegt. Da musst du vorne welche noch von den Klebehaken gehabt haben. Ich habe die Klebehaken erst dann raufgepackt, wo es dann so auf dem Band war. Ich habe zu dir gesagt, mir fehlen noch zwei. Und dann hast du zwei geholt. Aber jetzt haben wir vier zu viel. Ja, ich habe zwei von meinem dann rübergepackt bei dir und bin los und habe zwei geholt. Oder drei. Oder drei. Oder du hast falsch gezählt beim Greifen, weil sie zur Kasse wieder zurück mussten. Nein, ich habe zwei in der einen Hand und eins in der anderen Hand. Ich habe drei Stück genommen. Und ich habe beim auf Band packen habe ich das so raufgelegt und habe gesagt, gut, zwei, eins, eins. Und so wartet auf Band. Also so hier. So. Dass immer die passenden Klebehaken bei dem passenden Ding sind. Und da kann man sich nicht verzählen, wenn da zwei draufstehen und ich zwei hinpacke, sind da zwei. Eins, eins. Ich habe mich nicht verzählt. Du musst irgendwo einen Fehler gemacht haben. Du musst garantiert wieder vorne irgendwo welche mit bei gehabt haben, raufgepackt haben. Ja, ja. Und dann heißt es wieder, ich habe zu wenig und dann sind die aber schon weiter vorne gewesen. Ja, wir werden es näher kommen. Ne. Aber vielleicht, siehst du, und deswegen wäre gut, wenn man immer Kamera mit bei hat. Aber egal. So. Das soll es jetzt soweit erst mal mit dem XX. Ach, nee, soll es noch nicht. Wir haben noch was. Moment. Dafür muss ich euch jetzt erst mal abbauen. So. Ich nehme euch mal hier mit rum. So. Wir haben nämlich noch hier so einen Badezimmerschrank geholt. Seht ihr das Ding? So ein langes Ding. Der hat eigentlich 69,99 gekostet. Wir haben jetzt bezahlt 25 Euro. Und so billig kriegt man das nie wieder, hat Schatzi gesagt. Da müssen wir zugreifen. Und er hat nicht nur Schatzi so ein Ding geholt, den habe ich so ein Ding auch gekauft. Für das Badezimmer. Da ist auch ein Schubfach mit bei. Da kann man meine Schermaschine und so ein Zeug alle drin machen. Und ja. Denn für Handtücher ist hier noch Platz und so. Und dann habe ich ja hier hinten haben wir jetzt erst mal Proforma. Das hatte ich vorher im Badezimmer, wo die Handtücher drin waren. Und dann haben wir jetzt erst mal Proforma da hingestellt. Da weiß ich aber noch nicht, ob es da stehen bleibt oder woanders hinkommt. Da müssen wir uns erst mal entscheiden und wie wir das am besten machen. Da habe ich noch keine Ahnung. So. Das soll es jetzt soweit erst mal auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Verjässt nicht, die komische Glocke unten anzuklicken, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video mache. Ich verabschiede mich jetzt für heute. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. A Däumchen, A Dräumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi. Sagt euer Odin. Ölchen. Däumchen. 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 Vielen Dank.